Hallo und herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern. Ja, es ist wieder Messezeit und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sich die Messe aus Richtung Nürnberg hier nach Dortmund verschoben hat, denn wir sitzen jetzt hier in der Messehalle und sehen das tolle, pralle Leben der Modellbahnindustrie vor uns und neben mir sitzt Jürgen Lindner und das hat ja auch wieder ganz bestimmten Grund heute. Hallo lieber Frank, natürlich hat es einen guten Grund. Erstens mal sind wir immer sehr gerne in Dortmund. Es ist eine tolle Messe und ich hoffe, auch wenn Sie das hier sehen, dass Sie Lust drauf kriegen, uns auch noch auf unserem Messestand zu besuchen. In der Halle 4, Stand A04, gleich neben der Pommesbude bei Heinz. Genau. Kann man uns nicht sozusagen übersehen. Und natürlich, dass wir hier beide mal wieder plaudern, hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir ein paar Neuheiten mitgebracht haben. Und zwar wird es dieses Mal eine Lok sein, die größer ist als andere Lokomotiven und teilweise auch ein alter Bekannter ist, aber auch mit einer neuen Facette. Genau. Und das alles ist hier drin in diesem Katalog zusammengefasst, den wir gleich gemeinsam durchblättern werden. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, Jürgen Lindner hat ja Wort gehalten, denn er hat am 2. Dezember vergangenen Jahr gesagt, dass es dieses Jahr etwas Diesliges wird, etwas Dampft und auch vielleicht etwas Elektrisches wird. So, nun sind wir aber mal ganz gespannt auf die Frühjahrsneuheiten. Du hast uns ja recht lange warten lassen, müssen wir ja mal sagen. Was hat denn das für Gründe? Immer noch Lieferschwierigkeiten mit China? Nun ja, ich möchte eigentlich im Prinzip alle drei Monate, also quasi jedes Quartal eine Neuheit sozusagen auf die Menschheit, den Modellbahner loslassen. Wir haben ja angefangen im Januar mit diesen neuen Farb- und Formvarianten der KG 230 und jetzt sind wir im April, also ziemlich genau drei Monate später und anlässlich Dortmund, was immer eine gute Sache ist, habe ich beschlossen, dass wir wieder etwas Diesliges vom Stapel lassen, nämlich eine Wiederauflage der Class 66, Class 77. Genau. Und darauf freue ich mich auch schon ganz besonders, muss ich sagen, weil das ist ja wirklich eine Großdieselhammer-Lock, denn wenn die losbrüllt, die hat ja so einen Moment, denn ich durfte sie ja selbst schon voriges Jahr filmen bei der MEG in Berlin, wenn die losfahren, die haben so einen tiefen Sound, das ist schon unglaublich kraftstrotzend, sage ich mal. So, von diesen Class 66 wird es eine oder wird es ein paar Nachauflagen geben von Modellen, die schon da waren. Genau, also wir werden in dem Moment, wenn Sie das sehen, nicht weniger als zehn verschiedene Varianten wieder im Lager haben. Zählstück! Ja, vollhand, wie man so schön sagt, drei davon sind wieder Auflagen, die wir machen wollten, weil eben so viel Nachfrage da war. Und zwar einmal die Cargonet, die halt in Skandinavien unterwegs ist, dann die Lineas, die vorwiegend in Benelox eben unterwegs ist und die Hector Ray. Und das waren die Loks, die am meisten nachgefragt waren? Sagen wir mal so, beim letzten Mal bei der Produktion haben wir die Nachfrage etwas unterschätzt und es hat nicht jeder eine abgekriegt und wir wollten denen natürlich abhelfen. Also wir wollten definitiv keine künstliche Verknappung von Lokomotiven. Manchmal liegen wir halt einfach mit unserer Schätzung so weit daneben, dass wir dann sagen müssen, okay, beim nächsten Mal produzieren wir die wieder nach, damit jeder die Chance hat, eine zu kriegen. So, von diesen Nachproduktionen werden dann auch ausreichend zur Verfügung sein, denke ich mal, sodass jeder seine Lok kriegen kann. Das ist quasi unser Bestreben. Wir wollen, wie gesagt, dass jeder, der eine Lok haben will, auch eine kriegen kann. Ich denke schon, dass genügend da sind und wie gesagt, sind auch schon produziert und bei uns in Neu-Ulm im Lager. Also Cargonet im hohen Norden fangen wir an. Mit Lineas tun wir uns dann in Richtung Mitteldeutschland oder in die Mitte Deutschlands Vorarbeiten von den Eisenbahnunternehmen. Und ja, und die Hectorail ist ja eine typische Firmenbezeichnung. Da sieht man ja auch manchmal in E-Loks, vor allen Dingen im Norden, die ja grenzüberschreitend fahren. Also Hectorail ist ja eigentlich ein schwedisches Unternehmen, aber mittlerweile auch in Deutschland zu Hause. Genau. Und die Hectorail sieht man nicht nur in Deutschland fahren, sondern es gibt durchaus auch Sammler, die eben dieses Sammelgebiet haben. Und im Prinzip passt dann auch die Lok hervorragend dazu. Also für Sammler und für die, die also auf ihren Anlagen hauptsächlich in der Epoche 6 unterwegs sind. Und es ist ja ein schönes farbiges Bild, mittlerweile nicht nur draußen auf den Gleisen, sondern zum Glück ist es auf den Gleisen farbig geworden, sodass, Jürgen, du also diese Loks produzieren kannst. Für uns Modell war einer zur Freude. Ja, die Farben sind natürlich sehr unterschiedlich und ich hoffe, dass für jeden was dabei ist. Mir persönlich gefällt das sehr gut, dass man da ein bisschen Abwechslung reinkriegt. Und insofern haben wir dann eben auch neben diesen drei identischen Wiederauflagen, also es gibt keine Änderung zur letzten Produktion, auch noch einige andere Loks neu gemacht, nämlich vier Stück. Da ist es dann so, da gab es noch andere Nummern, also die quasi sind die Wiederauflagen, ich fange jetzt einfach mal an, die MEG hast du schon erwähnt, die hatten wir schon mal, die wird es wiedergeben, aber mit einer anderen Betriebsnummer. Das gleiche gilt für die graue ECR, die auch in Süddeutschland, auch in Mühldorfer Ecke immer noch unterwegs sind. Auch die hatten wir schon mit verschiedenen Betriebsnummern und jetzt gibt es wieder eine neue Betriebsnummer. Und das gleiche gilt eben auch für die HGK und die Crossrail. Das heißt, jemand, der sozusagen das Sammelgebiet HGK bearbeitet, kann jetzt wieder eine HGK Class 766 von ESO kaufen mit einer unterschiedlichen Betriebsnummer. Das nenne ich doch mal gut gemacht, würde ich sagen, dass also auch unterschiedliche Betriebsnummern da sind. Also nicht nur jetzt die Verkauften, die nicht mehr da sind, die Betriebsnummern gibt es nicht mehr, sondern jetzt gibt es die Nachauflagen mit neuen Betriebsnummern. Ja genau, deshalb gibt es auch eine neue Artikelnummer. Bei ESO ist es immer so, wenn es eine neue Artikelnummer gibt, dann ist in der Regel auch die Betriebsnummer anders. Beziehungsweise manchmal auch eine kleine dazu passende Formänderung. Das ist nicht unbedingt immer gesagt, dass die exakt gleich sind. Apropos Formänderung. Es ist ja auch tatsächlich so, dass jede Lok mit den unterschiedlichen Betriebsnummern unterwegs ist, aber auch in den Formen sehr unterschiedlich vom Betreiber her. Das sieht man ja vor allen Dingen am Dachaufbau, beziehungsweise an der Front, an der Spitze der Lok. Genau, also die Class 66, 77 gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen. Die Ursprungsausführung hatte vier Türen und runde Lampen eben und keine Klimaanlage, weil es auch dem englischen Lichtraumprofil eben geschuldet ist. Also ich glaube, wir hatten das schon mal früher erwähnt. Und dann natürlich die Cargonette zum Beispiel hat ganz andere Lampenanordnung mit sogenannten Markerlights. Das sind so kleine Schlitze außen und Kuhfänger, sage ich jetzt mal, Schneeräume. Und dann gibt es eben auch noch Ausführungen mit Klimaanlage, zum Beispiel die ECR, weil es war schon recht warm in diesen Böcken, gerade im Sommer, weil der Motor und die Kühlung doch sehr nahe am Führerhaus liegen, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und die Lokführer am Limit gelebt haben, sozusagen. Ja, das ist schon eine Vorgabe gewesen. Also mit Klimaanlage sind sie natürlich wesentlich glücklicher. So, was kommt jetzt neu? Ganz neu kommen drei tolle Fahrradvarianten, wie ich meine, die auch brandaktuell sind. Einmal haben wir die Rail4Cam. Das ist auch eine Betriebs-, sozusagen eine Eisenbahngesellschaft- oder eine Betrugungsvariante, die viele Freunde hat. Und hast du ja auch gesagt, dass die oft nachgefragt wurde. Und deswegen hast du sie gebracht. Genau, also wir wollten natürlich auch, dass jemand, der dieses Gebiet sozusagen sammelt, auch die Möglichkeit hat, eine Instralogs dazuzustellen. Es gibt auch diverse E-Logs eben mit dieser Bedruckung. Und dann haben wir natürlich noch was Tolles gemacht. Mein persönlicher Highlight ist eine Lok in der pinken Farbgebung. One nennt sich die. One ist vielleicht einem Menschen, einem Begriff, das ist eine japanische Räderei, die eigentlich Container macht. Und jetzt kommt wieder der Wink. Wir haben auch einen unserer Containertragwagen mit diesen pinken One-Containern eben im Angebot. Und der hat sich auch sehr gut verkauft. Und jetzt gibt es eben auch die passende Lok dazu. Da müssen wir ja auch dazu ergänzen. Liebe Freunde, diese Lok ist extra dafür lackiert worden, damit sie eben diesen Großauftrag, den sie von den Japanern bekommen hat, diese Containerwagen auch befördern kann, passend zu den Containern hinten drauf. Es ist eigentlich ein Freightliner-Lok. Die haben ja eigentlich ganz andere Farben gehabt. Aber anlässlich für diesen Großauftrag für die Japaner ist diese Lok in pink umlackiert worden. Eine recht außergewöhnliche Farbe. In der Tat ist es sehr außergewöhnlich, aber ich glaube schon, dass es ab und zu auch mal einen Farbtupfer und ein Ausrufezeichen auf der Modellbahnanlage geben sollte. Und wie gesagt, die Lok fährt ja so rum. Zwar nicht unbedingt bei uns, sondern vorwiegend in England, wenn man ehrlich ist. Aber ich glaube, dass man das auch in Deutschland sehr gut darstellen kann. Gerade weil wir ja die Container haben. Ist ein absoluter Hingucker, denke ich mal. Ich denke schon, ja. Genauso wie der letzte. Der letzte sozusagen im Reigen, die 10. Lok. Das ist die sogenannte grüne DB Schenker Climate Hero. Die DB Schenker hat eine K66, 77 grün lackieren lassen, weil die im Vorbild mit CO2-neutral hergestellten Kraftstoffen betrieben wird. Und auch die, finde ich, in grün mit dieser Bedruckung ist durchaus was Außergewöhnliches. Passt vielleicht auch gerade ein bisschen in unsere Zeit. Und deshalb haben wir gesagt, komm, lass uns die auch gleich mitmachen. Die ist jetzt von der Menge her nicht so in Riesenmengen produziert worden. Also wenn sich für die jemand interessiert, sollte er nicht so lange warten. Nur so als Winkmann-Zaunpfahl. Es gibt ja auch Sammler, die ausgesprochen auf Werbeloks scharf sind und auch auf bestimmte Designs scharf sind oder auch immer wieder was Neues scharf sind. Und ich glaube, da ist diese Lok hervorragend geeignet dafür. Also ich denke schon. Ich bin eigentlich immer wieder sozusagen erfreut, wenn ich diese K66 und 77 angucke bei uns, weil die einfach erstens mal ein großes Lokmodell sind. Sie klingen gut. Die Funktionen sind alle wunderschön ausgeführt. Aber auch mit diesen unterschiedlichsten Farbvarianten ist das einfach ein Hingucker. Und wie gesagt, alle zehn Varianten sind lieferbar. Kann man sofort sozusagen im Laden seines Vertrauens eben bestellen oder sich angucken bei uns auf der Messe in Dortmund und dann zuschlagen. Da freuen wir uns natürlich alle, wenn Sie in den nächsten drei Tagen hier vorbeischauen, würde ich sagen. Und da sehen Sie natürlich die Loks alle live hier. Und vielleicht erwischen Sie uns auch mal hier zum Gespräch. Ich denke, das sollte auch funktionieren. Ja, sehr gerne. Wir sind ja auch hier auf den Messen, um Rede und Antwort zu stehen. Und es gibt keine dummen Fragen. Höchstens dumme Antworten. Höchstens dumme Antworten. Aber wir versuchen natürlich auch vernünftig antworten. Ja, alles klar. Es ist ja wie gesagt schon, um das abzuschließen, das Thema mit der roten DP Schenker. Sie war ja immer rot bisher. Jetzt fährt sie. Ja, liebe Zuschauer, das ist halt, wenn man sowas auf der Messe filmt. Ja, jetzt ist gerade ein Auto hier vor, also irgendein Containertransporter vorbeigefahren. Okay, also nochmal, es ist wirklich ein anderer Farbtupfer, diese DP Schenker. Denn die waren ja sonst immer dem langweiligen Verkehrsrund. Ja, denke ich mal. Nun muss ich auch dazu sagen, liebe Freunde, ich habe mich ja auch nochmal mit der Technik dieser Lokomotiven befasst und habe festgestellt, dass sie 30 digitale Funktionen abrufen dürfen an dieser Lok. Muss ich jetzt mal fragen. Es gibt da ein paar Features, die waren für mich neu. Zum Beispiel das Hochschalten des Diesels. Ja, das ist jetzt natürlich etwas, was speziell dieser amerikanischen Ursprungsausfüllen geschuldet ist. Diese amerikanischen Lokomotiven sind ja diesel-elektrisch und haben im Prinzip eine andere Schaltung. Das heißt, die haben acht Notches, wie man sagt, auf amerikanisch, also quasi Drehzahlstufen, die dann eben je nachdem, was für eine Last eben abgerufen wird, entsprechend von der Motorsteuerung eben aufgerufen werden. Und dann gibt es eben auch noch zum Abstellen, weil im Original werden die selten ausgeschaltet, gerade in den USA. Und es basiert ja auf einem amerikanischen Lokmodell. Damit man dann Sprit spart, gibt es einen sogenannten Deep Idle. Das heißt, die Drehzahl wird nochmal weiter runtergefahren wie normal. Quasi gerade so, dass der Motor noch läuft. Und wir können das natürlich auch entsprechend simulieren bei uns im Lokmodell. Das kann ich Ihnen versichern, liebe Freunde. Wenn man das auf der Anlage selbst mal probiert, und ich habe es hier ausprobiert, es ist unglaublich, dass eine Lok im Stand, das ist ja ein Zweitakt-Diesel, noch langsamer laufen kann. Man kann also die Zylinder einzeln mitzählen, wie sie laufen. Das ist eigentlich schon unglaublich. Und hier steckt also wirklich viel Interesse oder, wie soll ich sagen, technisches Know-how drin, diese Sachen so zu machen. Wir versuchen natürlich schon herauszufinden, wie die Vorbilder funktionieren und die dann zu simulieren. Ich meine, das ist ja unser Anspruch auch als Lok-Sound-Erfinder, damit wir das auch so rüberbringen wie im Original. Es ist ja auch schon so, nicht wie bei manchen Herstellern, muss ich mal sagen, dass sie, wenn sie die Lok losfahren oder Sound-Game an, die Lok fährt los. Auch das gibt es bei ESO nicht, sondern auch die Classics, die 6, es fährt erst der Turbo hoch, die fängt erst an zu pfeifen. Und erst, wenn das Ding richtig aufgeladen ist, setzt sie sich in Bewegung. Kann man an diesem Modell wunderbar nachvollziehen. Also wie gesagt, das mit dem Hochschalten finde ich unglaublich gut. Das macht man, also im Fahrbetrieb ist das schon, sage ich mal, ein Hörgenuss. Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen von der Anlage ab, wie man das auch einsetzt. Aber wie gesagt, die Lok ist auch akustisch von Weitem schon hörbar. Wenn wir schon so zusammensitzen und über Neuheiten sprechen, wollte ich nochmal nachfragen. Es gibt ja noch viele Dinge im Angebot bei ESO, die es immer noch zu haben sind. Wir hatten gerade über die Containerwagen gesprochen. Die sind natürlich nach wie vor noch im Angebot. Oder ist da jetzt auch schon, wo man sagen muss, den Freunden draußen schlagt zu, bevor die ganz weg sind? Also wir haben von diesen Containertragwagen 15 Varianten. Davon sind glaube ich 12 oder 11 noch lieferbar. Ja, also es ist jetzt schon so, dass wir versuchen, die Produktionszahlen so anzupassen, dass jeder Modellbahner was kriegen kann. Wir haben ja auch den neuen Katalog, den du vorhin schon in die Kamera gehalten hast. Alles, was da drin ist, ist entweder lieferbar oder kommt wieder. Das heißt also, wenn es wieder kommt, steht dann drin zweites Quartal, drittes oder viertes Quartal. Die Liefertermine, die geplant sind, stehen immer auf unserer Webseite, weil die kann ich dann auch entsprechend anpassen, wenn sich was tut. Ich muss sagen, wir sind deutlich sozusagen pünktlicher geworden als die Jahre zuvor, aus diversen Gründen. Aber es heißt natürlich nicht, dass man nicht trotzdem mal warten muss. Zum Beispiel auf die Wiederauflage der T16 warten die Leute jetzt auch schon berechtigterweise relativ lange. Und wir arbeiten auch mit Hochdruck dran. Und auch die T18, die wir letztes Jahr vorgestellt hatten, ist ja werkseitig im Moment vergriffen und wird auch aktuell wieder produziert. Ich habe noch keinen exakten Verschiffungstermin, aber auch dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch was werden. Aber unabhängig davon, was noch kommt, daraufhin wollte ich eigentlich gar nicht so hinarbeiten. Denn wir wissen eigentlich alle, dass Jürgen Lindner im Laufe des Jahres immer wieder überrascht und sagt, Hallo Frank, wir müssen wieder mal sprechen, bring mal deine Kameras mit. Ich glaube, ich habe da was für die Modellbahner da draußen. Also ich denke schon, dass im Laufe des Jahres das eine oder andere Highlight von dir noch zu erwarten ist. Also wir haben noch drei Messen dieses Jahr und wir haben schon noch was im Petto sozusagen unter Vorbehalt. Aber ja, es lohnt sich immer wieder mal, uns auf einer Messestand zu besuchen. Jetzt merkst du gerade an meiner Diskussionsweise, ich habe dich nicht nach den Neuheiten gefragt. Denn es sind ja erst einmal zehn Neuheiten, wunderbare Sachen eigentlich jetzt hier in Dortmund zu sehen. Ich hoffe es und ja, mehr habe ich zu der Lok gar nichts zu sagen, außer dass sie viel Spaß macht. Das glaube ich gerne, denn wie gesagt, wir hatten hier beim Aufbauen schon eigentlich mehr mit Spielen zu tun, als mit Technik und so weiter aufzubauen, dass wir hier das Interview gemeinsam machen können. Also ich kann Ihnen versichern, liebe Freunde, kommen Sie alle nach Dortmund. Wetter soll ja auch nicht so doll werden, also Messezeit. Kommen Sie her, gucken Sie sich die Loks an, würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, dann würde ich sagen, lieber Jürgen, danke für das nette, kurze, knackige Gespräch. Danke für die zehn Neuheiten und die drei oder vier waren es Nachauflagen. Drei Nachauflagen. Für die Freunde, die also schon lange drauf gewartet haben. Ja, da würde ich sagen, Spielspaß kann beginnen. Vielen Dank und viel Spaß in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war's, liebe Freunde, hier von der Messe in Dortmund. Ja, und wir sehen uns wieder demnächst, wenn Sie mögen, auf gleicher Welle und Kanal. Und da verspreche ich Ihnen auch einen Lok-Test. Ich habe mir schon einen ausgesucht. Da bin ich gespannt. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020